Wir haben ein neues Splatfest hier, Ritter vs. Hauberer und da haben wir es ein ganz kleines Favoritenteam, weil ich bin nämlich persönlich überhaupt nicht der Mittelalter-Fan. Ich bin eher so der Harry Potter-Fan, die so in die Richtung gehen, deshalb werde ich definitiv Team Zauberer nehmen. Das heißt, alle, die beim nächsten Splatfest, ich glaube, das ist nächstes Wochenende, wenn man sich ehrlich täuscht, alle, die da mitmachen wollen, Bitte nehmt, wie ihr es jetzt machen werdet, liebe Leute, Team Zauberer. Ich werde das hier jetzt auch noch directly live auswählen, damit ihr es was auf Weiß habt und jetzt auch gleich posten, mein Splatfest 2 Team, mein Team ist Team Zauberer. Wenn ihr, wie gesagt, mit mir mitspielen wollt, nehmt Team Zauberer. Genau, ja, das war das Info, wenn ihr Team Zauberer seid, könnt ihr geil mitspielen.